Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Quoto und in diesem Video gibt es ein Update von mir. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem Channel bist, ja, Leute, ihr kennt das Spielchen, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet, ja, klickt auf Abonnieren, schaltet die Glocke ein, folgt mir natürlich auch gerne auf Instagram, teilt meine Videos mit euren Freunden, Leute, ich freue mich über euren Support. Ja, Leute, in diesem Video gibt es ein kleines Update von mir, aber bevor es jetzt mit dem Update losgeht, möchte ich mich als allererstes mal bei euch da draußen bedanken. Ich möchte mich einfach für euren Support bedanken, ja, an jedem Einzelnen da draußen, ja, der mich hier auf meinem YouTube-Channel supportet, möchte ich einfach mal Danke sagen. Ich finde, das kommt manchmal viel zu kurz und an dieser Stelle einfach ein riesengroßes Dankeschön an euch da draußen, dass ihr mich hier auf YouTube unterstützt und egal ob negativer Kommentar, positiver Kommentar, ich freue mich wirklich über jede Art von Interaktion mit euch und man kann einfach nicht jedes Video zu 100% so machen, dass es jedem gefällt. Also, ich komme auch voll gut damit klar, wenn ihr mal negative Kommentare macht oder halt mal einen Daumen nach unten gebt, gar kein Problem, das hilft mir nur weiter, meine Videos besser zu machen und ich möchte mich an dieser Stelle einfach nur bei jedem Einzelnen da draußen bedanken, ja, bei euch da draußen, dass ihr mich auf YouTube hier unterstützt. Ganz lieben Dank. So Leute, und in der letzten Zeit gab es nicht ganz so viele Videos von mir, warum nicht? Weil ich mir echt ganz viele Gedanken gemacht habe über meinen Channel. Ich habe mir halt überlegt, so wie kann ich euch da draußen einen richtig geilen Mehrwert bieten, wie kann ich euch da draußen weiterhelfen mit meinen Videos und da habe ich mir einfach so ein bisschen eine Auszeit gegönnt und mir einfach mal überlegt, so Daniel, was kannst du besser machen, um deinen YouTube-Channel auf das nächste Level zu bekommen. Und ich verspreche euch an dieser Stelle jetzt schon, dass auf jeden Fall mega coole Dinge auf meinem YouTube-Channel passieren werden und kommen werden. Ich bin hart im Hustle-Mode und werde Vollgas geben. Der eine oder andere, der schon länger auf meinem YouTube-Channel mit dabei ist, der erinnert sich wahrscheinlich, dass ich euch angeboten habe, euch bei der Haarstyling-Produktauswahl zu helfen. Wenn du da draußen dir unsicher bist in der Auswahl deines Haarstyling-Produktes, dann schick mir einfach eine E-Mail mit deiner Frisur an info at dalen-portal.com und ich antworte dir mit drei passenden Haarstyling-Produkten, die zu deinem Haartyp passen. Und ich habe so viele E-Mails von euren Frisuren bekommen, dass mein E-Mail-Postfach tatsächlich explodiert ist. Ich konnte keine E-Mails mehr empfangen und ja, Leute, aus dem Grund muss ich euch jetzt leider Gottes sagen, schickt mir bitte keine E-Mails mehr. Also bitte keine E-Mails mehr an meine E-Mail-Adresse schicken. Ich habe mir trotzdem Gedanken gemacht, wie ihr euch trotzdem dieses Angebot noch weiter aufrechterhalten kann. Und zwar habe ich eine kleine Website eingerichtet. Dort könnt ihr einfach eure Daten eintragen und dann bekomme ich eine Benachrichtigung, dass ihr eure Daten eingetragen habt. Und dann kann ich euch dementsprechend auch eine E-Mail schicken und mein E-Mail-Postfach wird nicht mehr explodieren. Du klickst einfach auf meine Website daniel-korte.com und das Angebot ist natürlich für dich 100% kostenlos und du bekommst auf jeden Fall auch eine Antwort von mir. Dort gibst du dann deinen Vornamen ein, deinen Nachnamen als auch deine E-Mail-Adresse. Und bitte auch das aktuelle Haarstyling-Produkt, was du aktuell verwendest. Und anschließend hast du auch die Auswahl und kannst auswählen, welche Haare du hast. Hast du dicke Haare, hast du dünne Haare, hast du glatte, wellig oder lockige Haare und was du am Ende des Tages auch erreichen möchtest. Möchtest du mehr Volumen, mehr Kontrolle oder mehr Textur? Kurz bestätigen und auf Absenden drücken. Anschließend musst du noch ganz kurz deine E-Mail-Adresse bestätigen und wenn du das gemacht hast, habe ich deine E-Mail bekommen. Also, wenn du da draußen die Haarstyling-Produkthilfe von mir annehmen möchtest, dann bitte kein E-Mail mehr schreiben, sondern geh einfach auf die Website, die ich eingerichtet habe unter www.daniel-korte.com, gib deine Daten ein und ich antworte dir dann mit drei passenden Haarstyling-Produkten, die zu deinem Haartyp passen. Dauert ein wenig, aber ich werde auf jeden Fall antworten. Der erste Schritt, um meinen YouTube-Channel auf das nächste Level zu bekommen, wird das Community-Phone sein. Ja Leute, ein Community-Phone. Was ist das Community-Phone? Ich habe mir ein altes iPhone abgecheckt, ja, ich habe mir ein altes iPhone abgecheckt und eine Nummer dazu abgecheckt und habe mir WhatsApp runtergeladen. Ich privat habe gar kein WhatsApp, aber ich habe mir tatsächlich WhatsApp auf dieses Handy runtergeladen und ihr könnt mir eure Fragen, egal was es ist, ja, egal ob es private Fragen sind, egal ob es Fragen zu Haarstyling ist, Parfüm, whatever, könnt ihr mir auf dieses Handy schicken. Ja, die Nummer für dieses Community-Phone findet ihr in der Infobox, einfach abspeichern, ja, Daniel Korte und dann könnt ihr mir auf WhatsApp eure Fragen schicken. Und einmal im Monat wird es dann auf jeden Fall auch ein Q&A geben über diese Fragen. Ich werde mir dann einige Fragen rauspicken und euch dann diese Fragen in einem Q&A-Video verantworten. Ja, ist das geil oder ist das geil? Also ich bin gespannt, wie gut das klappt und ich freue mich auf jeden Fall auf eure Nachrichten. Und ich glaube, dieses Community-Phone ist einfach so ein bisschen cooler und besser. Also mittlerweile kriege ich so viele Messages auf Instagram, Facebook, wo auch immer und auf diesem Community-Phone können wir dann alle Fragen so ein bisschen bündeln und wir haben auch irgendwie so ein bisschen mehr eine persönliche Beziehung. Viele von euch da draußen haben mich auch gefragt, so Daniel, kannst du uns nicht grüßen oder kannst du mich nicht grüßen? Sogar einige Schulklassen haben gefragt, so Daniel, kannst du nicht unsere Schulklasse grüßen? Und ich habe mir erst so gedacht, so hey, nee, das kannst du eigentlich nicht machen, das wird nachher am Ende des Tages viel zu viel. Aber dann habe ich ein paar Nächte drüber geschlafen und da habe ich gedacht, komm, warum eigentlich nicht? Und aus dem Grund, wenn du oder ihr da draußen gegrüßt werden möchtet von mir in meinen Videos, ja, dann macht einfach das Hashtag Shootout unter meinen Videos drunter und ich werde dann von den Leuten, die das darunter geschrieben haben, einen rauspicken, ja, und diesen jemanden dann am Ende des Videos grüßen. Also, ich bin mal gespannt, wie gut das klappt und wie gut das angenommen wird. Also, das testen wir jetzt einfach mal aus. Ja, Leute, so weit, so gut. Ich werde jetzt weiter in den Hustle-Modus wieder reingehen und Gas geben. Also, seht es mir nach, wenn jetzt in der nächsten Zeit nicht ganz so viele Videos kommen. Ich bin auf jeden Fall hart am Start, ja, hart am Start, hart am Start. Meine Worte von Daniel Korte. Auf jeden Fall bin ich hart am Start, werde Gas geben und es werden auf jeden Fall viele, viele, viele neue Videos kommen. Und Leute, denkt dran, umso mehr ihr meine Videos teilt, abonniert, umso größer meine YouTube-Community wächst, umso mehr Zeit kann ich am Ende des Tages dann auch in meine Videos stecken. Also, ich freue mich über euren Support. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Teilt das Video gerne mit euren Freunden. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Bis bald. Macht's gut. Peace out. Tschüss.